Wir haben wunderbare Neuigkeiten. Die Heiratsvermittlerin hat eine vielversprechende Partie für dich. Es ist entschieden. Komm und setz dich. Es dient dem Wohle der Familie. Ja, ich bringe Ehre für das Haus. Schweigsam. Beherrscht. Anmutig. Diszipliniert. Diese Eigenschaften sehen wir in einer guten Ehefrau. Diese Eigenschaften sehen wir in Mulan. Es ist meine Pflicht, zu kämpfen. Mulan